Sehr geehrte Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit mir den Einmarsch über das 100 Meter Lagenfinale der Damen. Ladies and Gentlemen, please welcome the finalists of the Women's 100 Meter Individual Medley. Auf der Bahn 1 für die Vereinigten Staaten von Amerika am Start. Lane 1 representing the United States of America, Kesslyn Jones. Auf der Bahn 2 für Finnland. Lane 2 representing Finnland, Hanna-Maria Zeppele. Auf der Bahn 3 schwimmt aus Ungarn. Lane 3 representing Hungary, Katinka Hostschuh. Auf der Bahn 4 startet für Großbritannien. Lane 4 representing Greater Britain, Sophie Allen. Auf der Bahn 5 die deutsche Rekordhalterin vom SV Halle. Lane 5, the German Record Holder, Theresa Michalak. Auf der Bahn 6 für Ungarn am Start. Lane 6 representing Hungary, Susanna Jakobos. Auf der Bahn 7 startet für Finnland. Lane 7 representing Finnland, Emilia Pikereinen. Und auf der Bahn 8 für China im Rennen. Lane 8 representing China, Jussi He. Seite am 9-90 efectovereveyard. nach Berlin 9, die flavors an der Bahn. Ich habe franchises getrenов Provid itself. Mmmm. Wenn ein, wie die Final-G assemble, das in Berlin 9mm und dannst du in Berlin 1 und 3. Ich habe und dich, zu Beginn von 2013, auf der Bahn 1ワρçust ragiwope backwards. Keine Ahnung, mit Nahrung Konzentration. Fajon Konzentration etcップ. 100 Prozent gesamt. Vielen Dank. Theresa Michalak aus Deutschland, nämlich um genau zu sein, vom SV Halle. Sie hält den deutschen Rekord mit 59,05 Sekunden und wird sie dieses Ding nach Hause schwimmen. So sieht das aus. Theresa Michalak aus Deutschland schlägt das erst an ihrer Zeit von 59,62 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Untertitelung des ZDF, 2020